Okay, wie kommen wir hier wieder raus? Finden wir es raus. Und damit hallo Nazi, willkommen zurück bei Let's Play The Last of Us Part One. Das letzte Mal sind wir ja hier in dieser Garage. Ich glaube, du bist immun? Ja, das ist ihre Meinung. Oder was auch immer das ist. Stehen geblieben. Man trifft in der Zone nicht auf Infizierte, wenn man sich an die Regeln hält. Ja, ich schlich weg. Ich war auf diesem Militärinternat. Wie bitte? Naja, die Stadt erkunden. Ich wurde im Einkaufszentrum gebissen. Das ist doch komplett abgesperrt. Wie bist du da reingekommen? Ich kannte Wege. Naja, einer dieser, was ihr Runner nennt, bis zu. Und so kam das. Verstehe. Gut. War Marmarlin bei dir, als das passierte? Nein, ich bin danach zu ihr gegangen. Erstaunlich, dass sie dich nicht erschossen hat. Hätte sie fast. Wie es ihr wohl geht? Ich sagte doch, alles wird gut. So, jetzt haben wir ja auch das alles hier überstanden. Das Gespräch, das ging jetzt dann doch recht lang. So, ich warte jetzt mal kurz was gucken hier. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie ist die Mausempfindlichkeit ein bisschen sehr bescheiden. Ich weiß nicht, warum. So, machen wir es so. Hat das das übernommen hier? Oder müssen wir das jetzt nochmal machen? Was war in der letzten Aufnahme hier? Ne, das müssen wir mal. Okay, es hat es anscheinend nicht übernommen gehabt. Dann nochmal von vorn. Wir gehen mit dem Nachladetempo auf jeden Fall eins nach oben. So, dann mit der Magazinkapazität geben wir auch eins nach oben. Und die Schussfolge. Dann haben wir unsere 9mm Pistole erstmal soweit fertig. Dann schauen wir nochmal bei dem Revolver, ob wir da noch irgendwas machen können. Da hätten wir das Nachladetempo oder die Sch... Ah, wir können beides machen. Na gut, dann machen wir nochmal beides. Und die Schussfolge. So. Dann können wir weitergehen. Das ist doch ganz gut. Wie sieht es eigentlich generell gerade mit der Munition aus? Hm. Hier haben wir insgesamt 16 Schuss und dann 19. Okay. Ich würde doch, glaube ich, erstmal mit der 9mm Pistole weitergehen wollen. Wie gesagt, ich habe das ja jetzt gerade umgestellt. Trotzdem ist das irgendwie... Das ist das vielleicht beim letzten Mal einfach nicht übernommen. Ich dachte, hey, ich hätte das schon mal richtig eingestellt gehabt. Irgendwie passiert da nichts. Ist natürlich wieder super. Controller haben wir ja gerade nicht. Fickungsensor. Gut, dann spielen wir jetzt einfach mal da mit und schauen, ob das jetzt dann besser funktioniert. So, ja, hier haben wir nochmal Revolver-Munition. Wobei, wenn wir Revolver-Munition bekommen, wäre das wahrscheinlich besser, wenn wir natürlich auch mit dem Revolver spielen. Ja, ohne Grund kriegen wir ja die Munition auch nicht. So zumindest ist meine Vermutung. Unser Ziel ist auf jeden Fall erstmal wieder rauszukommen. Und möglichst dabei wenig Kontakt zu irgendwelchen Runnern oder sowas zu haben. Junge. Mein Gott. Geht es hier auf oder? Ja, da geht es... Achso, das ist wahrscheinlich einfach nur... Ne, hier wird es auch weitergehen. Oder geht es dann jetzt hier wieder in den Raum und wieder gerade... Ah, ja. 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 Ah, sehr schön. Nochmal ein paar Ressourcen, die wir mitnehmen können. Ja, dann muss ja der Weg... Muss es ja hier irgendwo weitergehen. Hier ist nichts, also müssen wir wahrscheinlich da hochgehen. Ist jetzt zumindest so das naheliegendste, was wir machen können. Achso, selbst beim Zielen ist das so hoch. Was ist denn hier los? So. Weiß nicht, was jetzt hier irgendwie... Na ja. George Washington, na ja. Da gibt es aber nichts zu lesen, aber ich glaube, das wäre jetzt in diesem Fall auch hier nicht interessant. Ist zumindest immer so meine Vermutung. Ja, was interessiert uns in so einer Apokalypse eigentlich die Geschichte? Mist! Von da kommen wir doch. Also müssen wir uns einen anderen Weg suchen anscheinend. Selbst wenn es mir nicht gefällt. Okay, aufpassen, schnell. Los, 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 los! Scheiße! Ich lebe! Ich werde außenrum gehen! Wir sind hier! Tess! Renn! Renn! Scheiße! Natürlich sind sie wieder da. Das ist ja irgendwie... Tess! Haben wir alles für ein Messer kümmert? Haben wir jetzt für ein Messer kümmert? Aaaaaaah! So? Das Ding ist, wir haben jetzt nicht genügend Materialien, um weitere Messer herzustellen. Das heißt, wir müssen die wahrscheinlich... Können wir sie lautlos erledigen? Ich denke es nicht, oder? Wenn wir schießen, kommt der ganze Rest dann wahrscheinlich auch. Messer erfreulich. Naja, dann... Okay, mein... Mein Aeim ist gerade alle Wanderer jetzt gut. Weiß jetzt nicht, warum das schon wieder scheiße ist. Mein Gott. Der Revolver ist also... Hm, weiß nicht. Lauter, aber irgendwie nicht besser. Ähm... Das ist hier offen, dass wir in den Lagerraum gucken können. Hier, ich glaube, da geht es weiter. Dann sollten wir uns doch nochmal hier hinten weiter umschauen. Ah, warte mal. Ach, ist voll, okay. Ah, hier. Und da. Schön, dass wir uns jetzt wieder ein Messer herstellen könnten. Das machen wir doch dann auch mal ganz... Das haben wir doch... Ah, ich muss mich jetzt mal wieder... Das haben wir doch hier mitgenommen. Warum registriert denn der das nicht? Da war doch gerade eindeutig... Naja, toll. Gut. Komplettes Messer benötigt. Ganz toll. Ich wechsle doch mal wieder zu der neuen Millimeter. Ich glaube damit... Damit ging es einigermaßen besser. Aufstehen, dass wir uns erstmal... Zuerst mal ein bisschen auf uns alleine gestellt anscheinend, weil... Oder was ist das? Das sind das? Was sind das? Ähm... Rein da? Wurde sie... Nein. Scheiße. Das war... Da hinten. Das beginnt ja schon wieder turbulent hier. Das war verdammt knapp. Ich weiß immer noch nicht so richtig, was das Sinnvollste wäre. Aber... Erstmal überhaupt die Steuerung mit der Steuerung wieder klarkommen. Ich sage, wir haben da halt die meiste Munition für. Aber richtig geholfen hat er uns ja gerade auch nicht. Naja. War vielleicht doch nicht so die perfekte Stelle, erstmal Pause zu machen. Wirklich? Hier lang. Hier geht's aufs Dach. Und was ist mit dir? Alles okay? Definiere okay. Atmest du noch? Geht panisches Keuchen? Das gilt. Gut. Dann bin ich okay. Na immerhin. Ich habe irgendwie doch so vielleicht eine leichte Vermutung, dass Tess vielleicht doch gebissen wurde. Es wird auf jeden Fall wieder Tag. Schon mal nicht allzu schlecht. Aber es sieht eigentlich nicht so danach aus. Wo? Ach, da hinten. Gibt es hier eine Möglichkeit, da rüber zu kommen? Wahrscheinlich nicht. Ah ja, doch. Vorsicht! Können wir das dann einfach jetzt hier so rüberlegen? Oder muss das doch? Ah. Okay. Sei vorsichtig, wenn du drüber gehst. Das ist ein bisschen... Psst. Hm. Ich hatte jetzt kurz zu bedenken, ob uns das überhaupt hält. Und? Ist es das, was du dir erhofft hast? Ich weiß noch nicht. Aber Mann. Was für eine Aussicht. Kommt. Hier lang. Hey, es geht weiter. Hm. Es ist fast geschafft. Reiß dich zusammen. Ja, Ma'am. Hm. Ja, nun. Hm. Gleich hier um die Ecke. Kommt. Geh weiter, Kleine. Schön, dass wir jetzt erst mal am Tag wieder unterwegs sind. Das ist auch mal eine nette Abwechslung. Was natürlich trotzdem wahrscheinlich nicht heißt, dass wir sicher sind vor... ...all unseren wunderbaren Kollegen da draußen. Aber... Na gut. Dann sehen wir sie auf jeden Fall schneller. Und das mal so zu sagen. Da... Da irgendwas liegen. Ah. Befehle. Treffpunktbereich. Befehle. Darf ich... Darf ich jetzt? Befehle. Treffpunktbereich patrouillieren. Stellen Sie sicher, dass keine Militärpräsenz dagegen herrscht, bevor Sie das Mädchen zum nächsten Unterschlupf bringen. Handschriftlich. Sie müssen... Sie muss gut ernährt und bei bester Gesundheit sein. Ihre Sicherung... Äh, Ihre Sicherung. Ihre Sicherheit hat absolute Priorität. Ja, welchen Weg gibt's denn dann? Nach oben ist ja wohl wieder... Achso, ja. Mit der Tonne dann. Wahrscheinlich, äh... So, oder? Bei einem... Eigentlich ja nicht. Er ist ja Stacheldraht. Dann doch noch da? Dann ist das wahrscheinlich jetzt... So. Na komm. Und so, das reicht ja. Hoch und drüber. Na also. Ja. Endspurt, Tess. Das klingt doch gar nicht so verkehrt. Wobei man sich wahrscheinlich nicht so früh freuen sollte. Ähm, nur dass das klar ist, ich kann nicht schwimmen. Auf der rechten Seite sieht es flach aus. Folg mir. Hm. Gut, dass Marlene euch befunden hat. Was meinst du? Ich weiß, ihr werdet dafür bezahlt. Aber... Ich will nicht bedanken. Ja. Ja, kein Ding. Na, man sollte sich nicht zu früh bedanken. Also geh ich zumindest mal von aus. Würde mich nicht wundern, wenn nicht ganz alles so klappläuft, wie es hier soll. Oder wie ich es gerade den Anschein macht, eher gesagt. Nein. Nein, nein, nein! Und was machen wir jetzt? Was machst du da, Tess? Oh Gott. Vielleicht haben sie sowas wie eine Karte oder irgendeinen Hinweis auf ihr Ziel. Hm. Wie weit soll das hier noch gehen? Wie weit wie es eben gehen muss? Wo ist dieses Labor? Oh, ich weiß es nicht. Sie hat nur gesagt, es wäre irgendwo im Westen. Was machen wir hier? Das geht uns nichts an. Was weißt du denn schon? Über mich? Ich weiß, dass du klüger bist als das. Ach ja? Wir sind abscheuliche Menschen, Joel. Und zwar schon echt lange Zeit. Nein, wir sind Überlebende. Das ist die Chance. Es ist vorbei, Tess. Wir haben es versucht. Gehen wir nach Hause. Ich werde... Ich gehe nirgendwohin. Hier ist Endstation. Hm. Was? Irgendwann musste es ja vorbei sein. Was erzählst du da? Fass mich nicht an. Oh nein, scheiße. Sie ist infiziert. Ich wollte nicht... Zeig es mir! Oh Gott. Ups, was? Zeig mir deinen Arm. Das ist drei Wochen alt. Mein Biss ist eine Stunde alt und ist schon schlimmer. Das hier ist real, Joel. Du musst die Kleine zu Tommy bringen. Er kannte diese Leute. Er kennt bestimmt auch ihr Verständnis. Oh nein, 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 nein. Du wolltest das hier. Ich mach das nicht mit. Doch, machst du. Hey, ich weiß, ich bedeute dir genug, dass du mit diesem letzten Wunsch nicht abschlagen kannst. Also bring sie zu Tommy. Shit. Sie sind hier. Ich verschaffe euch Zeit. Aber ihr müsst hier weg. Was? Sie sollen dich einfach hier lassen? Ja. Das werde ich auf keinen Fall... Ich verwandle mich nicht in so ein Ding. Na los. Mach's mir nicht so schwer. Hm. Oh, ich kann kämpfen. Nein, geh einfach! Geh doch endlich. Ellie. Tut mir leid, ich... Ich wollte das nicht. Los, beweg dich. Hm. Oh, verdammt! Wie konnten wir das nur tun? Stopp. Ohne uns stirbt sie da. Stopp! Du bleibst dicht bei mir. Wir müssen weg. Oh, Mann. Ich bin... Can... Äände... ... Die... Ich bin...